Liebe Freundinnen und Freunde der heiligen Teresa, noch vor 70 Jahren, 60, 70 Jahren, wäre es niemand in den Sinn gekommen, über die jüdischen Wurzeln Teresas auch nur ein Wort zu verlieren. Denn ihre Abstammung aus einer hochadeligen Familie, aus einer altchristlichen Familie, stand, wie man zu glauben meinte, auf jeden Fall fest. Heute ist es gerade umgekehrt. Ihre jüdische Abstammung gehört zum gesicherten Wissen über sie. Ich möchte mein Thema in sechs Schritten darstellen. Einmal einen ganz kurzen Blick auf die Geschichte der teresianischen Hagiografie werfen. Dann die Entstehung des Conversoproblems darstellen. Dann etwas über die Statuten für die Reinheit des Blutes sagen. An einen Beispielen zeigen, wie sich das in Teresas Familie ausgewirkt hat. Erst die Entdeckung noch und dann die Beispiele ihrer Familie. Und dann, wie sie damit fertig geworden ist. Wer sich einmal die Mühe macht, die Hagiografien, die über Therese entstanden sind, 1590, acht Jahre nach ihrem Tod, die erste, der wird bald feststellen können, dass es am Anfang darum ging, Therese als eine mögliche Kandidatin für die Seligsprechung darzustellen. Dem heiligen Ignatius ist dann schon zu seinen Lebzeiten widerfahren, dass man die Dokumente über ihn so hoch frisiert hat, dass er ein möglicher Kandidat für die Seligsprechung wird. Es war damals undenkbar, dass eine Selige, eine Heilige im Himmel nicht auch auf Erden zu den Eliten gehört hat. Und darum mussten alle diese Kandidaten adelig sein. Eklatanter noch ist das im Fall des heiligen Johannes vom Kreuz. Den müssen wir aber jetzt weglassen. Es gab dann einen weiteren Punkt in diesem Entstellungsprozess, dass die offiziellen Historiografen des Ordens die Geschichte so schreiben mussten, wie es die Ordensleitung bestimmt hat, für die Karmeliten samt Anhangstichwort Doria. Was natürlich nicht mit der wahren Matre Fundadora übereinstimmte. Sie musste schließlich zur Reformatorin werden, weil diese Männer es nicht ertragen konnten, von einer Frau gegründet worden zu sein. Und so ist Elias zum Gründer hochstilisiert worden, was ja immer irgendwie wohl auch gewesen ist. Und Teresa war dann nur, wenigstens das, eine Reformatorin, aber nicht Gründerin. Ein weiterer Schritt, es gibt mehrere, in diesem Entstellungsprozess ist, dass Teresa Patronin aller Spanier wird, obwohl sie zweimal zwar dazu ernannt worden ist, aber zweimal ist dieser Titel auch wieder rufen worden. Am ersten Mal, weil die Ritter, die Santiago-Ritter, es nicht ertragen konnten, dass eine Frau Patronin der Spanier sein könnte. Indem man diese Vorstellung anknüpft, macht Gabriel de Jesús 1929 bis 1935 in vier Bänden Teresa zur Heiligen der Rasse. Heiligen der Rasse. Und drei Jahre später veröffentlicht Silverio de Santa Teresa, dem späteren Ordensgeneral, ein Büchlein, Teresa de Jesús, höchste Synthese der Rasse. Es gab dann schon bald Versuche auch, an Teresa die Kriterien der modernen Historiografie anzulegen, die scheideten aber am Widerstand einflussreicher Kreise ihres Ordens. Den Mann, das Schicksal des Pater Benedikt Zimmermann, des ersten Historiografen des Ordens, dem es in Spanien schlecht gegangen ist. Wir denken auch an unseren, einige kennen ihn noch, unseren Pater Makarius, der es gewagt hat, 1950 zum Skabulierjubiläum zu sagen, dass die Vision nicht historisch ist. An diesem Bild von Teresa hängen dann alle Biografien, die, sagen wir, bis vor 50 Jahren erschienen sind. Alison Pierce, William Thomas Walsh, Marcel O'Claire wird wieder neu aufgelegt und weiter wird dieses alte Bild verbreitet. Giorgio Papasoli, das es auch in Deutsch Übersetzung gibt. In diesen herkömmlichen Biografien wird kein Zweifel daran gelassen, dass Teresa aus einer adeligen Familie Avilas abstammte. Ein anderes Detail in der Teresa-Biografie ist es, was wir gestern gehört haben, der Antiprotestantismus, was man auch immer sich unter Protestantismus in Spanien vorgestellt hat und wie wir gestern gehört haben, Luther sich von den Spanern gedacht hat. Eine Wende in diesem Prozess brachte die Biografie von Ephraim de la Madre de Dios 1949, die vor allem dann seit der Mitarbeit von Otter Stecking, ein niederländischer Karmelit der alten Observanz, O'Karm, wirklich einen Fortschritt gebracht hat. Es kam dann eine dreibändige Ausgabe heraus und 1996 in dritter Auflage das die heute führende Teresa-Biografie Tiempo y Vida, also Leben und Zeit und Leben der heiligen Teresa. Noch mal eine neue von einem anerkannten Historiker-Hispanisten, Josef Pérez, 2007, erst französisch, dann auch auf Spanisch, Teresa von Avila unter Spanien ihrer Zeit. Das ist einmal also dieser kurze Überblick über diese, darüber wie Teresa in den Biografien behandelt wurde. Wie schwer es dem Pater Ephraim dennoch fällt, die Erkenntnisse anzuerkennen, zeigt, dass er meint, Teresas Großvater sei altchristlicher Abstammung gewesen, jüdisch geworden und dann wieder altchristlich. Ich sage jetzt etwas, kurz etwas über die Entstehung des Converso-Problems. Der Titel heißt der Teresa als Conversa. Während des Mittelalters, es gibt jetzt wirklich einen ganz groben Zügen nur, lebten die drei monotheistischen Religionen, Juden, Christen, Muslime, in Spanien relativ friedlich zusammen. Es ging immer wieder hin und her, aber sonst wären ja die ganzen kulturellen Kunstwerke, die wir heute noch bewundern können, von allen drei Religionen nicht möglich gewesen. Was ab der Eroberung Toledos durch Alfonsen VI. im Jahr 1085 der Imperator Toletanus einen einzigartigen kulturellen und wissenschaftlichen Austausch unter ihnen ermöglichte, erinnert sie an die sogenannten Übersetzer-Schulen. Alfons VI. hat die Juden mit offenen Armen aufgenommen und im Jahr 1090 die Charta in der Christianus et Judeus promulgiert, indem die Gleichbehandlung von Juden und Christen versprochen wurde, ein Vorgang, der einzigartig war. Doch ist es nicht dabei geblieben. Ende des 13. Jahrhunderts gab es Gesetze, die den Juden verboten, Grund und Boden zu besitzen, wodurch sie von Agaba und Viehzucht als Erwerbsquelle ausgeschlossen waren. Ende des 14. Jahrhunderts führten verschiedene Faktoren, Aufkommen der Kapitalismus, Epidemien, die Schwarze Pest. Wir machen überhaupt kein Bild, was es bedeutet hat. Im Kamlidenkloster in Florenz, 3, 14. Jahrhundert mit 30, 40 Brüdern an einem Tag 20 weg wie nix. Das war ein unheimlicher Einschnitt. Die Verschlechterung des abendländischen Schisma hat verheerende Folgen auch in unserem Orden, auch in unserem Orden gehabt. Also wenn ich von unserem Orden bin, vom Kamelitenorden, Teresa, gab es ja da noch mal nicht. Insgesamt Verschlechterung der Lebensbedingungen, was sich vor allem auf die Situation der Juden auswirkte. Ein Anfang in dieser neuen Judenverfolgung wird immer, als Anfang wird immer das Jahr 1391 mit der Erstürmung und Zerstörung des Judenviertels in Sevilla genannt. Vielleicht bedingt durch den Druck auf das einfache Volk, das wegen der den Juden überlassenen Geldgeschäfte, denen ausgeliefert war. Oder auch wegen der Kompetenz der jüdischen Handwerker. Es hat sich dann verbreitet, diese Unterdrückung der Juden. Es entstand ein gewaltsamer Bekehrungseifer, ich nenne nur die berühmte Disputation von Tortosa, die eineinhalb Jahre sich hinzog, mit Bekehrungen in großer Zahl, wobei die Neubekehrten in kirchliche Ämter geradezu hineindrängten. Zum Beispiel Kardinal Juan de Torquemada, sein Neffe Thomas de Torquemada, der erste Generalinquisitor, der erste Großinquisitor, war ein Converso. Und die sind dann, die Conversos, sind dann oft zu den erbittersten Feinden ihrer ehemaligen Glaubensbrüder gekommen. Fast alle antijüdischen Schriften aus dem 15. Jahrhundert stammten von konvertierten Juden. So entsteht das Problem der Conversos oder der Neuchristen im Gegensatz zu den Altchristen. Das Problem bestand darin, wenn schon die Juden verhasst waren, so waren es erst recht die Conversos, die nicht nur ihre traditionellen, gerade für die Oberschicht nützlichen Berufe wie Bankiers, Ärzte, Kaufleute, Stadtschreiber und so weiter ausübten. Sie durften ja keine Bauern sein, sie durften keine Waffen tragen, durften nicht in die öffentliche Verwaltung, sondern die haben sich nun auch in den kirchlichen Ämtern breit gemacht. Eben der erste Großinquisitor, einer der großen Bischöfe von Burgos, Pablo de Santa Maria, Julio Caro Barroja sagt, der Converso ist Städter, Kauf- und Geschäftsmann, der viel unterwegs ist. Daher kommt es, dass viele Conversos, von daher kommende Nachnamen tragen, wie Ciudad, heißt Stadt, La Calle, Straße, Mercado, Dona Ana de Peñalosa y del Mercado, eine junge Witwe, die Johannes vom Kreuz geleitet hat, an ihnen gibt es viele Briefe, am Nachnamen kann man schon erkennen, wenn einer del Mercado heißt, Franco, oder direkt Namen von Städtenannahmen, wie Juan de Avila, Julián de Avila, der treue Helfer Theresas, der heilige Juan de Avila, jetzt Kirchenlehrer, García de Toledo, Juan de Jeppes, lässt vermuten, Johannes vom Kreuz also, der Anti-Judaismus des Volkes hat also nicht in erster Linie religiöse Wurzeln, sondern war vor allem wirtschaftlich und sozial motiviert. Josef Pérez, der schon genannte, schreibt in einem anderen Buch, über die Juden in Spanien, Alle Tumulde in den Jahren 1449 bis 1474 fallen mit schweren Überlebenskrisen zusammen. Die soziale Komponente steht im Vordergrund. Das anti-jüdische und dann auch Anti-Converso-Element ist sekundär und tritt immer als ideologische Rechtfertigung für die Angriffe auf. Die sich unterlegen fühlende Mehrheit der kleinen, oft ungebildeten Leute haben auf diese Weise versucht zu überleben. Das Gleiche ist bei uns in Deutschland geschehen. Warum brauchten wir Gesetze zum Schutz vor den Juden, die eine minimale Minderheit waren? Als die katholischen Könige Isabella die Erste von Kastilien, die Krone von Kastilien, verdenan der Fünfte von Aragonien, die beiden Kronländer, 1475, den Thron bestiegen, sie hatten schon einige Jahre vorher geheiratet oder wurden verheiratet, glich die Situation im Land einem Bürgerkrieg. Auf der einen Seite die Altchristen, das heißt Adelige und auch nicht Adelige Leute, in deren Adern aber auf jeden Fall kein jüdisches Blut floss, was immer wichtiger war als der höchste Adel, und die Juden beziehungsweise die Neuchristen. Die Reinheit des Blutes war schließlich das Einzige, was gerade die kleinen Leute den überlegenen Juden und Konversos voraus hatten und daraus wurde das Unterscheidungsmerkmal schlechthin. Ein typisches Beispiel dafür ist die Familie Teresas, wie wir gleich sehen werden. Um in dieser Situation fertig zu werden, beschlossen die Monarchen, alle Juden aus Spanien zu vertreiben, was mit dem Dekret vom 31. März 1492 auch geschah, die Sephardim-Juden. Die andere Gruppe waren die Askenazin, bei uns in Deutschland, in Polen, die Ostjuden. Die Frage, wie viele Juden wurden vertrieben. Josef Peretz schreibt, die neuesten auf zuverlässigen Quellen basierenden Angaben sprechen unter Berücksichtigung der Zurückgekommenen von einer Gesamtzahl von 50.000. Aus Avila mit seinen 6.000 Einwohnern wurden knapp 1.000 Juden vertrieben. Da gibt es ganz genaue Studien drüber. Serafin Tapia zum Beispiel hat es sehr gut dargestellt. Es wurden dann zum Schutz der christlichen Mehrheit, der altchristlichen Mehrheit, wurden Statuten eingeführt, um damit das Converso-Problem zu lösen. Sie sollten verhindern, dass konvertierte Juden oder deren Nachkommen Zugang zu staatlichen und der kirchlichen Gremien erhielten. Trotz des Protestes von Seiten des Papstes Nikolaus V. und der Erzbischöfe von Toledo führte zuerst die Stadt Toledo 1449 diese Statuten ein und allmählich kamen andere Stadträte, Universitätskolleginnen dazu, Orden, schließlich 1547 auch auch das Dom und der Todt von Toledo das ist schon zu Lebzeiten Theresas sie war 20 Jahre später in Toledo und hat da was erlebt Kapitel 15 Buch der Gründungen das kann man nur verstehen wenn man den Hintergrund kennt sonst wird es eine fromme Geschichte das geschah durch den damaligen Erzbischof Juan Martínez Silicium der aus einer einfachen jedoch altchristlichen Bauernfamilie stammte und ein Beispiel für die Privilegierung des reinen Blutes ist Ignatius von Loyola unter dessen engsten Mitarbeiter viele Conversos waren hat sich diesen Statuten stets widersetzt doch wurden sie 1593 unter dem ersten nicht spanischen Ordens General Claudio Aguaviva schließlich auch eingeführt Situation bei den Karmeliten der damalige Ordensgeneral Giovanni Badista Rossi Juan Badista Rubio die Spanien haben das übersetzt hat eine aufgrund der Bestimmungen des Konzils von Trient seinen Orden reformieren müssen und bei seiner Visitationsreise kam er auch ins Karmeliten Kloster in Essica bei Sevilla und da sagte einer von ihnen die Karmeliten lassen auch viele Abkömmlinge von Juden zu und es kommt vor dass man ihnen sagt wenn sie bei anderen Orden sich vorstellen geh doch zu den Karmeliten was auch nicht ein Zeichen von Toleranz war sondern eigentlich von Dekatenz gewesen ist Teresa selbst hat diese Statuten immer zurückgewiesen und viele Frauen aus Converso Familien aufgenommen doch durch ein päpstliches Breve 1595 wurde diese Maßnahme gegen die sich die Heilige immer gewährt hat bestätigt die Folgen ich kann sie nur kurz aufzählen sie schürten die Missgunst der kleinen Leute gegen die als überlegen empfundenen Conversos sie sobald sobald er getauft war dann ja sie führten zur Geringschätzung jeglicher Tätigkeit die nicht vom Ackerbau her kommt weil eben die Juden das nicht machen durften zumindest kann man das als Faustregel so sagen sie trugen zur Spaltung der Gesellschaft bei was Louis de Leon der große Louis de Leon der 1588 Augustiner die Schriften Theresas zum ersten Mal in einer Gesamtausgabe rausgebracht hat er schreibt in seinem Werkler Perfecter Casada also die vollkommener verheiratete Frau das hatte er gewusst wie die zu leben hat er schreibt es gibt solche die das Land bebauen solche die als Kaufleute vom Handel leben und schließlich Adelige die ihre Einnahmen von Vasallen oder aus Grundbesitz beziehen das heißt nichts tun sie führten nach Amerigo Castro zum kulturellen Rückschritt der Spanier er sagt dieser ist seit der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht etwa der Gegenreformation auch nicht der wissenschaftsfeindlichen Haltung Philipps II. zuzuschreiben sondern schlicht und einfach der Furcht als Jude zu gelten schließlich trugen trugen sie dazu bei dass jeder über seine wahre Abstammung bestens Bescheid wusste es gab sogenannte grüne Bücher Kataloge mit den Namen der Converso Familien und die öffentlich aufgehängten San Benitos diese Bußgewänder haben einen solchen Geburtsfehler nicht vergessen lassen ein nicht selten ausgewählter Ausweg bot die Auswanderung aus der Geburtsstadt oder falls möglich der Erwerb eines sogenannten Adelsbriefes der Aufbruch nach Westindien die Änderung des Familiennamens und vor allem der Verzicht auf alle Tätigkeiten die nur irgendwie gütisch aussehen konnten und genau das können wir an der Familie Theresas nachweisen genau das hat sich da ergeben wie wurde das nun bekannt 1946 hat ein Historiker Narciso Alonso Cortes Auszüge aus Prozessakten die im Archiv der Königlichen Kanzlei in Valeriet aufbewahrt werden veröffentlicht in einer Fachzeitschrift Boletín de la Real Academia Española jedenfalls ist es kein Massenverbreitungsblatt gewesen außerdem waren es nur Auszüge also diese Königliche Kanzlei war für solche Fälle zuständig für den Nordteil der iberischen Halbinsel da gehört eben auch Avila dazu in ihnen ist der Verlauf mehrerer Rechtsstreite festgehalten die die Angehörige der Familie Sebeda vor allem mit dem Ziel führten ihre adelige Abstammung erneut bestätigen zu lassen was ihnen mit Hilfe gekaufter und bestochener Zeugen auch gelang aus diesen Prozessakten geht hervor dass Juan Sanchez de Toledo der Großvater Teresas väterlicher am 22 Juni 1485 vor dem Inquisitionstribunal in Toledo bekannte viele und große Vergehen und Delikte der Heresie und Apostasie gegen unseren heiligen katholischen Glauben getan und begangen zu haben was im damaligen gesellschaftlichen Kontext so viel bedeutete wie vom jüdischen zum christlichen Glauben übergetreten zu sein mehr oder weniger überzeugt diese Nachricht war so ungeheuerlich dass es Jahrzehnte gedauert hat bis Teresas jüdische Abstammung in Spanien endlich akzeptiert wurde vor allem bei ihren geistlichen Söhnen was kein Wunder ist wenn man bedenkt dass Pater Silverio der verdienstvolle Herausgeber der ersten kritischen Ausgabe der Schriften Teresas in Spanisch in der Reihe Bibliotheca Mystica Carmelitana heute noch unverzichtbar später dann Ordensgeneral geworden seit er dann 1939 eben noch Teresa zur höchsten Synthese der Rasse erhoben Amerigo Castro den habe ich schon erwähnt hat es vielleicht bis zur Übertreibung benutzt und hat schon bevor er von den Dokumenten Kenntnis hatte gedacht vermutet dass Theresia von Avila Wissen der deutschen Übersetzung dann heißt in seinem Buch Spanien Vision und Wirklichkeit jüdischer Abstammung sein müsste er war ausgewandert also emigriert und in den USA eine andere Einstellung zur jüdischen Abstammung Theresias nimmt Efren De La Madre de Dios ein das habe ich schon erwähnt er hält also auf diese Weise letzten Endes auch an der altchristlichen Abstammung fest nimmt sozusagen zwei Apostasien in Kauf einmal vom Christentum zum Judentum dann wiederum vom Judentum zum Christentum Interessant ist auch das Schicksal das diese Prozessakten hatten als diese ersten Auszüge erschienen war kurz danach dieses ganze Aktenbündel verschwunden als ich 1972 in Valladolid war und da mit Pater Theophanes Echido meinem akademischen geistlichen Begleiter sozusagen zwei Monate zusammenlebte und er hatte dort den Lehrstuhl für moderne Geschichte an der Universität inne und er hatte gesagt die Akten sind weg wir wissen nicht wo wohin sie verschwunden sind dann sind sie anfangs der 80er oder Mitte der 80er Jahre wieder aufgetaucht und er hat dann 1986 sich sofort ediert was ja nicht so leicht ist diese Kanzleischrift ich möchte vielleicht doch kurz die Meinung von Josef Pérez von seinem Buch Teresa vorlesen denn da kann man gut den Kontext erkennen um heraus die Familiensituation Teresas zu verstehen er schreibt Alonso Sanchez de Sebeda war ein Hidalgo also ein Adeliger daran besteht kein Zweifel doch was bedeutet das im damaligen Kastilien gab es drei Kategorien von Hidalgos was genau genommen keine Adeligen sondern aufgrund der Befreiung von Steuern Steuerprivilegierte waren darum ging es nämlich einmal jene deren Privileg durch Grundbesitz gerechtfertigt ist die angesehenste Kategorie jene mit einem berühmten Familiennamen Beispiel La Cerda der Spanisch kann weiß was es auf Deutsch heißt oder Manrique in diesem Fall entspricht der Bekanntheitsgrad der Hidalgia oder die dritte Hidalgos mit einem amtlich bestätigten Adelsbrief die sogenannte Ejecutoria das war nämlich die Situation der Familie Teresas also der niedrigste Adel aber immerhin galt der so viel wie offiziell nicht jüdischer Abstammung zu sein und außerdem waren sie von Gewissenssteuern befreit wenn die keine Appellationsmöglichkeit mehr das war sozusagen das Bundesverfassungsgericht dann war klar er hat diese er hat diese diese Hidalgia diese niedrigste nun Auswirkungen der Familie Teresas Teresas Großvater ist nach seiner Konversion in Toledo ausgewandert 1485 war Teresas Vater immerhin fünf Jahre alt lässt sich in Avila nieder wo er mit einer neuen Identität weiterlebt seine Tätigkeit als Händler aufgibt Ländereien kauft und von deren Einkommen lebt dadurch gelingt es ihm aus den Steuerlisten gestrichen zu werden und seinem Hidalgo zu werden aufgrund dieser Ehekuturia Teresas und ihre Geschwister übernehmen nicht den Nachnamen ihres Großvaters oder Vaters Sanchez sondern jeweils den ihrer Mütter beziehungsweise Großmütter die unbelastet waren Teresas Vater heiratet zweimal weil die erste Frau schon bald gestorben ist und beide Male von Liebesheirat kann er da keine Rede sein das waren immer orangierte Ehen beide Male waren es Frauen aus altchristlichen Familien Kind er übt keinen eigentlichen Beruf aus um ja nicht in den Verdacht zu kommen irgendwie mit Jud in Verbindung zu stehen braucht die Mitgift seiner beiden Frauen auf und stirbt am 24. Dezember 1543 als ruinierter Mann Kapitel 7 Teresa beschreibt es sie war dabei Josef Peres als man sein Testament öffnete zeigte sich dass der Verstorbene viele Schulden hat es werden eine 50 Gläubiger genannt das war der Tribut den die kastilischen Juden bezahlen mussten wenn sie sich in eine unbarmherzige rassistische Gesellschaft integrieren wollen kein Wunder dass man in den Briefen Teresa so viele Anspielungen auf Prozesse findet das würde viel zu weit führen man soll jedenfalls die Briefe nicht einfach so unschuldig lesen da steckt viel mehr drinnen als sie auf den ersten Blick verraten ihre Brüder wandern nach Las Indias aus um den Schnüffeleien und Verdächtigungen übelwollender Mitbürger zu entgehen und vielleicht zu Geld und Ansehen zu kommen haben wir gestern schon ein bisschen gehört der einzige der es geschafft hat von denen sie hatte neun Brüder einer war vorher schon bei einem der Unternehmen Karls V Nordafrika ums Leben gekommen von den acht die übrig blieben hat ein einziger er ist zu Ehren ein bisschen zu Ansehen und Ehren gebracht Lorenzo und der hat dann zwei noch mit durchziehen müssen und zwei oder drei uneheliche Kinder seiner Brüder versorgen müssen damit die heiraten konnten wenn man das Mädchen warnt Teresas Verhalten als Konversa das ist eigentlich mein wichtigster Punkt ich bin froh dass ich noch gute zehn Minuten habe es muss von vornherein klar sein dass Teresa über ihre Abstimmung direkt nichts sagt das war damals völlig undenkbar im Gegenteil als Kind ihrer Zeit übernimmt Teresa obwohl selbst jüdischer Abstammung vielleicht auch gerade deshalb um nicht verdächtig zu erscheinen die latent antijüdischen Vorurteile der damaligen Kirche nicht nur in Spanien die den Juden die Hauptschuld am Tod Christi anlastete als Gottesmörder bei der Vertreibung haben die spanischen Juden argumentiert wir waren damals schon hier in Spanien beim Tod Christi wir können gar nicht dabei gewesen sein in Jerusalem als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde Teresa schreibt zum Beispiel im Weg der Vollkommenheit übernehmt euren Anteil an diesem Kreuz Töchter es soll euch nichts ausmachen dass euch die Juden anpöbeln macht euch nichts aus dem was sie sagen stellt euch taub für die Redereien das ist in der ersten Fassung ist ja bekannt dass Teresa den Weg der Vollkommenheit zweimal schreiben musste von beiden Versionen haben wir Gott sei Dank noch die Original Handschrift erhalten wir haben es auch jetzt in der Gesamtausgabe beide übersetzt vorher war nur die erste Fassung übersetzt das haben manche Leute scheinbar nicht gemerkt in einer gewissen Zeitung Unsinn über uns geschrieben in der Endfassung lässt sie die kollektive Schuldzuweisung an die Juden weg zwischen den Zeilen finden wir jedoch viele Anspielungen aus denen klar hervorgeht dass sie converser ist darum weiß sich entsprechend verhält und mitunter auch unter der damit verbundenen Diskriminierung leidet ich bringe so einige Punkte Teresa kennt die Welt des Adels gut obwohl sie ihr tatsächlich nicht angehört als an Weihnachten 1561 das muss man sich mal vorstellen am Heiligen Abend kriegt sie vom Provinzial mitgeteilt nach Weihnachten musst du nach Toledo reisen um eine adelige Dame zu trösten deren Mann gestorben war man sagt immer Teresa hat im Kloster der Menschwerdung so oberflächlich dahin klebt mit vielen Besuchen Teresa wurde gebraucht oder missbraucht um die wirtschaftliche Situation des Klosters aufzubessern dank ihrer Freundschaftsgabe und das ist auch so ein Fall der Provinzial wollte halt in guten Ansehen bei dieser adeligen Dame stehen und hatte dorthin geschickt nach ihrem Befindnis nicht gefragt worden das eines von vielen Beispiel genauso ist er auch bei ihrem das in Alba de Tormes gestorben ist das ist der Antonio von Jesus gewesen der bei der Herzogin von Alba in gutem Ansehen stehen wollte und hat die Teresa hingeschickt Man kann ein damaliges Kloster also das Menschwerdungskloster auf jeden Fall nicht einfach mit Karmel von heute vergleichen als Teresa Eintrath waren es 35 nicht 200 das ist es dann geworden allmählich aber gut nur so nebenbei sie schreibt über ihren Aufenthalt dort ich nahm einen sehr großen Gewinn daraus mit das kann Teresa immer die holt immer das Beste raus weil sie dahinter mehr sieht als nur menschliche Spinnereien haben es vorhin gehört ich nahm einen sehr großen Gewinn daraus mit und sagte ihr das auch dieser Dame ich sah und jetzt tun sie sich mal vorstellen man hat immer gesagt Teresa ist hochadelig wird eine hochadelige Dame so schreiben ich sah dass sie diese Luisa de la Serda auch nur eine Frau und in selben Leidenschaften und Schwächen unterworfen war wie ich und für wie gering man das Herrsein zu halten hat und wie man mehr Sorgen und Nöte hat je höher es ist und dazu noch die Sorge die ihrem Stand entsprechende Aufmachung zu wahren was sie nicht wirklich leben lässt ohne feste Zeit und Ordnung zu essen weil sich alles nach ihrem Stand zu richten hat und nicht nach ihrer körperlichen Verfassung und oftmals Speisen essen zu müssen die ihrem Stand als ihrem Geschmack entsprechen und so erfüllte mich der Wunsch Herrin zu sein in jeder Hinsicht mit Grauen Gott bewahre mich vor einer so unbekömmlichen Lebensweise und so weiter dann die Bediensteten wenn man zu einer gut ist muss man zu anderen auch sein sonst kriegt man Probleme Theresa hat Mitleid mit den Adeligen weil sie so sehr an ihrer Ehre hängen das kann man daran sehen an der Beschreibung der Eltern von Theresa de Laiz die Stifterin des Klosters in Albert de Tormes weil die nicht so viel Geld hatten mussten in winzig kleinen Dörfern leben weil dort das Leben billiger war aber sie konnten standesgemäß leben da erwähnt sie allerdings dass sie also reines Blut hatten bei der sagt sie es bei ihrem Vater sagt sie es nicht ihren Vater stellt sie also vor dass er fromm war aber sagt nichts über das dass er die Limpia vom reinen Blut war wie bei anderen Theresa bringt ihren Unmut gegenüber der Eitelkeit des Adels zum Ausdruck das zeigt sich im Fall der Maria der Acuna die Tochter Casilda der Padilla war die vierte also die Tochter die jüngste die wurde mit acht Jahren mit ihrem Onkel verlobt weil da keine Nachkommen da waren und ist sie ausgerissen und bei Theresa eingetreten Theresa hat sie vor der Zwangsverheiratung gerettet da musste aber eine andere die schon Ordensschwester war raus und mit dem Onkel heiraten und Kinder haben Theresa ist frei von versklavender Ehrsucht besonders gut zu erkennen bei der Gründung des Klosters in Toledo kurz gesagt da wollte ein Konverso ein Kloster stiften aber die Adeligen waren dagegen dass ein Konverso dieses Privileg hat dass dann er in einer Kapelle bestattet wird in einer Kirche das war Privileg der Adeligen haben sie alles getan das zu hintertreiben der Erzbischof selbst im Gefängnis ist der gestern schon erwähnte Bartholome Caranza 17 Jahre wie man dann festgestellt hat eigentlich unschuldiger weil sein Mitbruder Melchior Kano ihn so sehr zensiert hat am Schluss resümiert sie wenn ich auf die hohlen Meinungen der Welt geachtet hätte wäre es nach dem was wir erkennen können unmöglich gewesen es so gut und passend zu haben und man hätte dem Unrecht getan der uns so bereitwillig diesen Liebesdienst erwiesen hat Theresa weist alle Ehesucht dieses Onra die Onra in ihren Klöstern entschieden zurück das kann im Weg der Vollkommenheit gut lesen das Pochen auf vornehmer Abstammung kommt hier nicht in Frage es wäre die Hölle vielmehr soll eine die höher gestellt ist ihren Vater selten in den Mund nehmen alle haben gleich zu sein O Collegium Christi und so weiter und dann noch dieser schöne Vergleich es wusste seine Majestät wie man darüber herziehen würde wer aus besserem Lehm ist was nichts anderes ist als sich darüber lustig als darüber zu streiten ob er zu Schlamm oder zu Luftziegeln taucht mein Gott welch arge Verblendung und so weiter Teresa gründet in Armut da diese niemals Ehre mit sich bringt denn ich bin überzeugt dass Onra also Prestigedenken und Geld fast immer zusammen gehen und dass derjenige der Prestige möchte Geld nicht zurückweist und demjenigen der Geld zurückweist wenig am Prestige liegt das ist der Grund warum es in absoluter Armut gründet ein bisschen anders als bei Franziskus Teresa weist um Ehrsucht auch in den Klöstern und das bewahrt sie vor Überheblichkeit dann Teresa verachtet die Adeligen nicht sie hat ihnen gute Freundinnen und Freunde und nimmt auch adelige Töchter aus Adelsfamilien auf die meine oft vor wie da eine Tochter weniger war die man versorgen muss o vornehmes volk sagt sie ihnen macht doch um Gottes willen eure Augen auf schaut dass die wahren Ritter Jesu Christi und die Fürsten seiner Kirche ein heiliger Petrus und ein heiliger Paulus nicht den Weg gehen den ihr geht meint ihr vielleicht dass es für euch einen neuen Weg gibt glaubt das nur ja nicht Theresa war über wahre Abstimmung wohl informiert das geht aus einer das erzählt uns Pater Grazian in seiner Selbstbiografie Pater Grazian war die erste Provinzial dann ab 1581 und einer der großen Helfer Teresas kann ich nur erwähnen er hatte einen Dialog mit der Anna vom heiligen Bartholomeus das war Teresas Krankenschwester und dann auch Sekretärin die dann auch den zusammen mit der anderen nach Frankreich und nach Belgien getragen hat und von daraus nach Deutschland indirekt die sagt von sich und jetzt denken Sie mal dran was ich vorher gesagt habe über die Juden ich wurde in einem Dorf bei Avila geboren ich hatte drei Brüder und noch vier Schwestern und wenn meine Abstammung auch bescheiden war so fehlte meinem Vater doch nicht was er an Vieh und Besitz von Nöten hatte er und meine Brüder hatten bei tüchtigen und klugen Männern ansehen und so ernannten diese sie fast immer zu Bürgermeistern des Dorfes oder zu Kirchen Pflegern sie hatten Vieh und Besitz es kann niemals ein Jude sein darauf antwortet Grazian mit größerer Leichtigkeit als die selige Mutter Teresa von Jesus habt ihr mir über eure Abstammung erzählt denn als ich in Avila Nachforschungen über das Geschlecht der Aumadas und Sebedas anstellte von wo ganz böse über mich als ich davon sprach und sagte dass es ihr genüge Tochter der katholischen Kirche zu sein und dass es ihr mehr ausmacht eine lästliche Sünde begangen zu haben als wenn sie Abkündigung der gemeinsten und niedrigsten Dorfbewohner und Konversos der ganzen Welt wäre Teresa schickt ihrem Bruder eine Kopie des Adelsbriefes der war ja in Quito Lorenzo schreibt sie diese ganz interessante Stelle ich habe gesagt dass ich ihnen sobald Antonio Morander überbringe eine Abschrift von der Urkunde schicken werde von der man sagt dass sie nicht besser sein könnte und das werde ich mit aller Sorgfalt machen sollte sie diesmal unterwegs verloren gehen schicke ich sie so oft bis sie ankommt denn nur wegen Dummheit ist sie noch nicht abgeschickt worden in dieser Urkunde das ist also diese letzte Sentenz haben die haben Theresas Vater zugestanden bekommen dass sie also von Steuern befreit sind Solamente nur in Avila und einigen umliegenden Dörfern unsere Mitbrüder in Avila im Convento de la Santa haben im Archiv noch eine Abschrift das Original ist nicht erhalten aber verschiedene Abschriften und in dieser Abschrift kann man lesen statt dass statt Solamente Especialmente steht so ist diese Steuerfreiheit besonders gültig in Avila und umliegenden Dörfern das heißt sie ist universal darum sagt es Theresa die kann nicht besser sein die Abschrift Theresa rät vom Auftreten nach Adair Hidalgos ab ihren Neffen die dann als junge Burschen nach Avila kommen einmal sagt sie müssen aufpassen dass sie nicht unter die Gecken von Avila geraten schickt sie zu den Jesuiten in die Schule die kurz vorhin ihren kolleg gegründet hatten und die haben angefangen sich Don nennen zu lassen und Theresa sagt vorsichtig wecken wir keine schlafenden Hunde Theresa nennt ihre Eltern tugendhaft und gottesfürchtig aber nicht Hidalgos und von reinem Blut Theresa graf Beingründungen immer wieder auf die Hilfe von Conversos zurück mit Dina del Cambo Albert de Tormes Toledo Burgos dabei setzte diesen Menschen oft ein Denkmal zum Beispiel Toledo Es lebte in der Stadt Toledo ein Kaufmann ein geachteter Mann und Diener Gottes der sich nie verehrlichen wollte sondern das Leben eines guten Katholiken eines Mannes von großer Lauterkeit und Ehrbarkeit führte mit erlaubten Mitteln vermehrte er sein Vermögen da er die Absicht hatte damit ein Werk zu vollbringen das dem Herrn sehr angenehm sein sollte das klingt fromm im Grunde sagt sie die Convessos sind gute Katholiken das sind verdächtig ich bin auch eine aber das kann sie ja nicht sagen Theresa nimmt viele Frauen aus Convessos Familien in ihre Klöster auf während andere eben Statuten einführen macht sie das nicht Theresa zieht Gottes Güter den irdischen vor wie das unter anderem Gedanken zum Hohen Lied deutlich wird Theresa bleibt sich auch gegenüber den adeligen Damen treu zum Beispiel eine Doña Luisa de la Cerda euer Hochwohlgeborenen wissen schon dass sie bei mir Herrschaftsansprüche einbüßen und Demut hinzugewinnen können an die Maria Mendoza die Schwester des Bischofs Mendoza der war vorher der der Primas von Spanien war ein Mendoza also einer der hohen Adeligen heute gibt es noch einen Likör der so heißt Kardinal Mendoza da schreibt sie oh ihr schreibt sie oh wenn sie dieselbe Herrschaft wie im Äußeren hätten wie wenig würden euer Hochwohlgeborenen sich aus den Dingen machen die man hier auf Erden als Prüfungen bezeichnet Theresa ist realistisch wenn es um ihre Familie geht sie rät ihrem Bruder sein Landgut doch nicht zu verkaufen um sich mehr dem Beten widmen zu können haben heute früher gehört glauben sie doch nicht sie würden mehr beten wenn sie mehr Zeit hätten weil sie dann ihre Neffen denkt da ist sie wieder ganz realistisch sagt behaltet es und lebt macht damit weiter und verkauft es aus diesen nichtigen Gründen sieht man dann auch der andere Neffe der erst bei den Karmeliten Pastrana eingetreten war dann aber bald wieder fortgeschickt wurde und er hat dann von heute auf morgen eine Frau geheiratet die alle Titel zum Beispiel die Frau schreibt sie die Braut heißt Donja Orofrisia ist noch keine 15 Jahre alt hübsch und sehr bescheiden ich meine Donja Dukaten gegeben und so weiter wenn sie nur Geld hätte hat sie eben nicht und der arme Mann der musste alles dran setzen dass er verstandesgemäß leben konnte und schreibt deswegen dem Bruder also dem anderen Neffen der nachdem Avila eine unheilige Tochter in die Welt gesetzt hat nach Kito ausgereist ist und dort das Erbe des Vaters angetreten hat und dort geheiratet hat und dann schreibt sie ihm schick ihm Geld damit er leben kann und schick uns auch Geld damit wir deine unheilige Tochter gut großziehen können Teresa hat ja kein Problem dass sie unheilig war die arme kann ja nichts dazu sagt sie die arme Kleine kann ja nichts dazu der arme Franzisko hatte eine Frau mit vielen Titeln aber eben nicht mit den entsprechenden Mitteln es ist so sagt sie im Weg der wieder es ist in der Welt schon so weit dass man ein längeres Leben bräuchte um die Punkte und Neuerungen und Eigenheiten der Etikette zu lernen wenn man noch ein bisschen von seinem Leben auf den Dienst Gottes verwenden wollte ich bekreuzige mich wenn ich sehe was sich da alles tut Tatsache ist dass ich nicht mehr wusste wie ich noch leben sollte als ich mich hierhin verzog denn es wird nicht als Scherz aufgefasst wenn man nicht acht gibt die Leute nicht noch viel hochrangiger zu titulieren als sie es verdienen im Gegenteil sie fassen es wirklich als Afro auf so dass ihr wegen eurer Intention mehrfach Abbiete leisten müsst falls es da wie ich sage eine Unachtsamkeit gibt und gebe Gott dass sie diese annehmen ich bin noch keine 50 Jahre alt sagt sie einige Schlussgedanken also ihre Abstammung aus einer jüdischen Familie kann nicht bezweifelt werden man muss also um Theresas Schriften zu lesen den geschichtlichen Hintergrund mit berücksichtigen sie lebt in einem luftleeren Raum nicht nur nicht nur für historische Studien auch wenn man über Theologie und Spiritualität redet denn das hat immer das hat sich immer ausgewirkt Theresa ist es gelungen an der Verlogenheit ihrer Mitmenschen in Gesellschaft und Kirche den Spiegel vorzuhalten Grundlage für ihr Verhalten ist ihr Glaube dass sie von Jesus von Nazareth der Mensch geworden und Gott angenommen ist haben wir heute früh wunderbar gehört der Text passt sehr gut dazu das verschafft ihr eine große innere Freiheit darauf gründet sich ihr Selbstwertgefühl und das gibt ihr auch die Fähigkeit ihre Gedanken schriftlich niederzulegen Theresa war dreimal diskriminiert weil sie Frau war weil sie Konverser war und weil sie das innere Beten für sich allein zunächst entdeckt hat praktiziert hat und es gewagt hat Kommunitäten von Frauen und dann auch von Männern zu gründen deren charakteristisches Merkmal das innere Beten ist vielen Dank Applaus 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 Applaus